yo leute was geht ab und herzlich willkommen zur aewa online wrestlingliga tut mir leid erstmal dass wir schon über einen monat nicht mehr gestreamt haben oder gespielt haben aber der grund dafür ist wir sind alle im sommer also im sommerurlaub ich stehe hier in kroatien glaubt ihr nicht okay dann gibt es gleich noch ein paar andere sachen dazu damit ihr das sieht faxen im wasser und so weiter also wir sehen uns bald wieder meine lieben und schöne grüße ja 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 also ja Vielen Dank.